Was ist die Faszinierung? Unglaublich gut. Ich finde es sehr interessant, wie er malt. Dass nur ganz wenige Sachen, Details ins Licht hervorgehoben werden und der Rest im Dunkeln verschwindet. Diese Kleinarbeit, die ist so faszinierend. Ich würde sagen, sie ist feiner, viel feiner als unsere heutige Farbfotografie. Die Lichteffekte sind sehr beeindruckend gezeichnet und gemalt. Mein Favorit ist das Selbstporträt hinter uns, weil ich das am spontansten vom Eindruck finde. Als Eyecatcher finde ich den ganz gut. Der Realismus ist halt ein bisschen sehr realistisch und sehr fein gezeichnet. Es ist ein Fotoersatz. Um 16 Uhr gab es halt auch keine Fotos. Die Stoffe sind fulminant, also das ist wirklich wunderbar gelöst. Und das ist eben dieser Schmelz, den ich eben erwähnte, der kommt in diesen Stoffen wirklich wunderbar hervor. Also das ist wirklich perfekt. Ich finde, die haben die besten Sachen rausgesucht und der rote Faden ist auf jeden Fall da. Und man geht halt wirklich begeistert und sucht Details und findet die auch. Und ich finde, das sind wirklich kleine Schätze. Die Schönheit berührt auch. Die armen, jungen Leute, die zu viel gesoffen haben, die werden einfach mal wirklich richtig mit viel Empathie dargestellt. Und dieser liebevolle Umgang mit diesen Opfern, diesen armen Leuten, das macht eigentlich kein einziger Künstler diese Zeit. Das macht ihn so absolut einzigartig als Künstler. Und er macht das so schön, dass ich wirklich stundenlang die Bilder anschauen kann. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020